Taylor Swift sagt ihre Loverfest-Tour endgültig ab. Es tut mir sehr leid. Konzerte und Festivals sind weiterhin in weiter Fer. Das muss sich jetzt auch Pop-Superstar Taylor Swift, 31, Erda Moore, endgültig ein. Die Musikerin hat ihre für den Sommer geplante Loverfest-Tour ersatzlos. Diese Entscheidung verkündete Swift via Twitter. Es tut mir sehr leid, aber ich kann die verschobenen Shows nicht neu ansetzen. Die Tour war ursprünglich für den Sommer 2020 geplant, wurde dann aber aufgrund der Corona-Pandemie zunächst on hold gesetzt, während die beiden Daten in den USA auf 2021 verschwachen. Auch in Berlin wäre Swift am 24. Juni 2020 gastiert. Im Moment habe eine noch nie dagewesene Pandemie jedermanns Pläne verändert und niemand wüsste zum jetzigen Zeitpunkt, wie die Konzertlandschaft in naher Zukunft aussehen könnte, so Swift weiter. Ich vermisse euch alle furchtbar und kann es kaum erwarten, bis wir uns alle auf Shows gemeinsam wieder sicher fühlen können. Ich vermisse euch alle furchtbar und kann es kaum erwarten, bis wir uns alle aufhörten, bis wir uns alle aufhörten, bis wir uns alle aufhörten. Ich vermisse euch alle aufhörten, bis wir uns alle aufhörten. Ich vermisse euch alle aufhörten, bis wir uns alle aufhörten, bis wir uns alle aufhörten. Ich vermisse euch alle aufhörten, bis wir uns alle aufhörten, bis wir uns alle aufhörten, bis wir uns alle aufhörten.